Musik 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 Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier in UpsetTV und zu ein paar Runden Gun Game. Und ich muss mal einen getötet. Die werden mir hier alle abgestoppt, die Gegner. Die werden mir hier alle abgestoppt. Aber egal. Warum hat denn der ab? Okay. Der hat sich wohl ein bisschen zurückgewirkt oder so, keine Ahnung. Ein bisschen leckt meinen Sucht aber gerade auch. Die werden mir hier alle Gegner wieder abgestoppt. Oh, da bin ich gestorben. Da bin ich gestorben. So. Okay. Die Map wurde gewechselt. Nice. Ich muss gerade einmal kurz weg. Okay. Der wollte da wohl abstimmen, dieser Typ. Aber egal. Nichts mit mir. Okay, den haben wir. Der hat auch nicht so viel gemacht. Ich wollte die Runden nicht mehr ganz so lange bringen, weil ich hab da echt... Es ist echt schön, jeden Tag für euch da zusammen Videos zu bringen. Nur mir fehlt halt echt... Das brauche ich halt echt lange. Okay. Okay, den haben wir auch. Es braucht halt echt lange wirklich aufzunehmen, ohne dass man dann Hacker oder sonstige unfaire Spiele erwischt oder sowas. Natürlich bringe ich auch Sachen rein. Okay. Natürlich bringe ich auch ein paar Sachen rein, wo ich halt auch mal verliere. So, mache ich ja oft genug, zum Beispiel in Skyros in der letzten Runde Skyros. Aber... Ja, aber wenn da solche Abfucker sind, dass die Runden noch nicht mal spannend sind, dann bringt das auch nichts. Und dann gucken die sich keine an. Der hat schon wieder geleckt. Und der ist ausgezogen komplett. Okay. Okay, haben wir den auch. Okay, und den. Okay, den haben wir auch. Okay, läuft auf jeden Fall so gerade. Nein, verdammt. Da wohnen wir dann leider. Na man, KD ist gerade nicht ganz so gut. Ich werde das Spiel haben, das Spiel ist aber auch nicht so ganz so aktiv. Okay, den haben wir auch. Okay, bei uns läuft es aber doch schon sehr, sehr gerade. Booste mich, komm. War wieder klar, dass der andere den Kilde bekommen hat. Und dann kriegt er natürlich die Herzen voll auf. Alter, hier sind echt viele Abstauber drin. Aber ich staub mir gerade selber ab. Okay. Okay, den habe ich. Ah, verdammt. Mist, der hatte Low Ground. Deswegen. Ich benutze eigentlich meinen Bogen gar nicht. Weil das bei diesem ganzen Gemenschenmangel... ...nicht so... ...gut finde. Okay, jetzt meine Herzen sind wieder voll. Den kriege ich auch mit dem Bogen. Okay, Mist, da kriegt der den. Die team natürlich mal wieder oder so, ne? Keine Ahnung. War jetzt nur eine Vermutung. Okay. Okay. Na, Mist. Egal. Die kommen immer so alle in einem Sprung runter. Das fuckt mich schon so ein bisschen gerade ab. Die gehen mal wieder alle auf mich. Warum gehen die alle auf mich? Sehen die irgendwie, dass ich so gut bin? Oder irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Okay. Okay, den einen hab ich. Gut, dass man die Herzen da auch sieht. Weil die leben. So, der hat nicht so dran glauben. Okay, nice. Okay, der macht mal wieder nichts. Steht da auf Karum oder was? Okay, dachte schon. Okay, den hab ich. Der war auch zum Abi abgestaube. Der war auch abgestaube. Okay. Ah, nein, es leckt. Okay, den hab ich aber trotzdem noch gekriegt. Der macht mich irre, der Typ. Der hat mich irre gemacht gerade. Okay, dachte schon. Bin gerade schon so ein bisschen... Mein Aim ist gerade echt nicht ganz so gut. Okay, den hab ich. Alter, meine Hand zittert gerade irgendwie. Deswegen treffe ich auch nicht mehr so viel. Ah, verdammt. Egal. Muss ich einmal kurz verschnaufen, meine Hand ausschütteln. Es geht echt schon auf die Arme irgendwie das schnelle Klicken und so. Ich treffe keinen. Es leckt. Wenn ich jetzt gleich tot bin. Es leckt. Hallo, leck, 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 leck. Okay. Der hat keinen Nockback oder was? Der hatte keinen Nockback gerade. Na, der war natürlich wieder voll. Warum ist das? Der ist teilweise nur so zum Abstauben da. Das ist echt schlimm manchmal. Ich bin gerade echt zu kacke. Oh Gott. Egal. Kann man denn da mit dem Bogen schießen? Nee, kann man auch nicht. Okay. 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 Den habe ich die Combo reingedrückt, des Todes. Das leckt schon wieder. Also der Main-Sucht-Server, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Leckt auf jeden Fall, teilt. Gucken wir uns mal, ob wir den Gegner uns noch kriegen. Und dann war es das einfach für dieses Video. Werde ich jetzt bestimmt öfters machen. Und übrigens, es sind nur noch 10 Tage bis zu X-Battle. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie der nicht hochgekommen ist. Ah ne, da hoch, da hoch. Da gekommen, ja, ja. Okay, ist da oben irgendwas? Na, verdammt. Es leckt schon wieder. Gehen schon wieder alle auf mich. Habe ich das Gefühl. Ich mische mich da aber auch immer in die großen Mengen ein. Was willst du denn, Junge? Dann noch da machen. So, krieg gerade eine Nachricht. Okay. Dann geh ich abnommen. Okay. Okay, den habe ich. Huh, da ist ein unsichtbarer. Oder wie sah das gerade nur so aus. Manchmal gibt es hier eine Markter, ich weiß. Ach, da wurde ich. Weg ist Naslit. Ich finde das noch echt gutes X-Battle-Training, um sein Klickspeed und sowas. Okay. Nicht schlecht. Oh, hier war Team. Zick, zack. Auf jeden Fall back. Da ist der unsichtbarer. Ah, ich hasse diese Leute, die einem noch nicht mal den Kill gönnen. Ist hinter mir einer. Nein, hinter mir ist keiner. Okay. Alter. Dann holen wir uns den Willi noch. Na, Mist, egal. Okay, den habe ich. Wo ist noch einer? Da hinten kämpfen noch welche. Die schnappe ich mir auch nochmal. Hinter mir ist keiner. Okay. Dann holen wir uns hier die nochmal. Der kann doch gar nichts reißen noch mit einem Herz. Wo ist denn der Willi? Verdammt. Der gönnt sich. Oh ja, der gönnt sich natürlich. Der andere gönnt sich. Oh mein Gott. Ich hasse solche Leute, ne? Ah, verdammt, egal. Ich hasse solche Leute. Egal, das Video kommt auch ganz an Cut hoch, weil ich habe die letzten zwei Videos ja geschnitten. Schul ist ja wieder begonnen. Deswegen habe ich nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen wurden die letzten Videos auch ein bisschen weniger. Und das war ein Longshot. Der hat gesessen. Und ja. Oh nein, da war ich kurz gebarkt. Alter. Mit mir kann man nicht. Du wolltest abstauben, ne? Schön mit einem Killen. Bringt... Gibt's aber nix. Du Kleiner. Ja, du Kleiner. Oh nein, egal. Trotz Logo und gewonnen. Easy. So ist das Ding. Okay. Na gut, Leute. Dann würde ich auch sagen... Noch ein... Komm, noch ein... Wir machen noch einmal, bis wir sterben. Und dann... It's easy. Und die sind... Hier ist halt keiner mehr. Oder? Ne, wo sind denn die alle hin? Haben die die Runde alle verlassen oder was? Ne, hier sind noch mal welche. Nice. Ja. Okay, ich muss jetzt auch... Ah, ne, da bin ich gestoppt. Ja gut, dann würde ich sagen... Weiß auf, wie du diese Video-Wende gefallen hast. Na um, na um, na. Bis zum nächsten Mal. Haus rein. Und ciao, Leute. Ciao, ciao.